Musik Für morgens um zwölf wach ich aus dem Koma auf Doch fortsätt ich die Forge, was ich wohl als nächstes sauf Kann das sein, dass Ihre Maschine vielleicht etwas ein wenig zu leicht ist? Von sowas hast du doch gar keine Ahnung. Weißt du, was das muss? Das muss drücken im Gesicht, sonst taucht das in Zeit. Das muss drücken im Gesicht, sonst taucht das in Zeit. Moin, Benne! Der Alte hat einen Plan. Du sollst kommen. Er sagt, du simulierst. Oh nö, heute aber nicht mehr, Eggert. Ich muss mich erstmal vor meine Simulation erholen. Erich! Deine Kalkulation! Wie kannst du in die Tonne treten, Mann? Margrit! Ja, mein Bärchen! Gib dem Lehrling mal 44 Pfennig. Er soll nach dem Bäcker hin. Ja, Walter! Aber er soll ja die Wäsche aufhängen. Wäsche aufhängen? Margrit, wie denkst du? Der Junge soll was lernen? 1.500 Pferde! Damit könnte Schröder mal so richtig die Scheideln ziehen. Weiß du? Hau weg, die Scheiße! Spitzel! Meister, prompt gut die Bärchen! Mir ist der unheimlich. Ich tu lieber in der Hütte gehen.